Kicker TV, der Talk mit Marco Hagemann. Vielleicht bin ich zu sehr Traditionalist, keine Ahnung. Also ich bin ein strikter Gegner von Playoffs. Ich stelle mir auch die Frage, kalendertechnisch, wo wir da die vier oder acht Spiele noch unterbringen oder sechs Spiele. Nein, ich bin absolut gegen diese Playoffs. Wenn man vielleicht über eine Reform nachdenken kann, dann kann man trotzdem über die Geldverteilung nachdenken. Gerade jetzt mit dem neuen TV-Vertrag, dass man da den anderen Vereinen doch mehr die Möglichkeit gibt, auch den Zweitligisten, dass man da die Gelder so verteilt, dass irgendwo auch die anderen Vereine mehr Mittel zur Verfügung haben, um sich vielleicht besser aufzustellen. Aber eine künstliche Spannung erzeugen, einer Meisterschaft über die Playoffs, das ist doch nicht künstlich.